Grüß euch alle miteinander, ich bin der DJ Domi, ich bin seit 1989 DJ und seit 2010 bei MrBeat. Ich bin Vollblutmusiker, das heißt ich bin Schlagzeuger und auch sehr gerne Event-DJ. Da kann ich die Leute auch sehr gut in Stimmung versetzen und das macht mir sehr viel Freude. Ich bekomme meine Aufträge von MrBeat und gemeinsam mit den Kunden arbeiten wir den Musikwunschfragen oben aus. Durch meine langjährige Erfahrung kann ich auch wertvolle Tipps weitergeben. Ich bringe die Leute zum Tanzen, indem ich mich auf mein Fingerspitzengefühl verlasse und auf die Wünsche der Gäste eingehe. Ich arbeite gerne bei MrBeat, da es sehr unkompliziert ist und ein Freundschaftenschwester hätte ich gern. Ich habe bis jetzt jede Party gerockt und jetzt seid ihr dran. Die Welt haut sofort wieder ab.